Ich habe mich erwartet, dass man von der Diskussion miteinander etwas lernt, von der Vorgestellung, von der Projekttragerschaften und den Austausch der Regionen, auch überkantonal, dass man da so ein wenig Input bekommt, von über den Talernrand zu schauen. Was war das für dich? Ja, sehr. Es war wirklich sehr spannend. Der Blickweis von verschiedenen Regionen. Es sind verschiedene Ideen reinkommen, die ich sehr gerne mitnehme, die wirklich super gewesen sind. Ja, ich denke der Vorteil ist, es ist wie ein Austausch auf der Augenhöhe. Es ist sehr praxisnah, weil es speziell auf das Regionalmanagement war. Die meisten haben relativ ähnliche Ausgangslagen und dadurch sehr viel Praxiswissen zusammen, das man voneinander lernen kann. Das ist sehr spannend. Was ist das für dich? Ich würde auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin jetzt aus dem Kanton Bahn und da trifft man sich manchmal mit anderen Regionen, Nachbarsregionen und das ist durchaus interessant. Aber der Vorteil war, dass es ein wenig weiter ist, auch über den Kanton Bahn aus und man so zu ganz neuen Ideen kommt. Befehl ist also das für dich. Kannst du grundsätzlich feststellen, dass die beiden offers? Ich würde jetzt das für dich. Also meinen Untertitel, bitteую seitなる Zeit im Auftrag dangebent. Vielen Dank.